Oh, die Paranoia ist da. Guten Tag. Bist du hier genau richtig? Nur paranoide Menschen werden wirklich verfolgt. Wer hat das gesagt? Ich muss mir unbedingt wieder aus Alufolie so einen Hut bauen. Die lesen meine Gedanken. Mit Alufolie um den Kopf herum können sie das ja nicht wissen. Meine Krone will ich auch wieder tragen, aber es ist zu heiß. Ohne Krone. Die Krone ist hier, falls wieder blöde Fragen kommen. Wo ist deine Krone, Prinz? Krone hängt am Stuhl, wie immer. Die Krone ist bei uns, nur nicht auf dem Kopf. Es ist einfach zu warm. Prinz tickt schon nicht. Überhaupt nicht. Nur weil man sie nicht sehen kann, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich beobachtet werde von der Kamera. Irgendwo hier ist eine Kamera. Mit wem rede ich eigentlich? Hast du was gesagt? Nee, hast du was gesagt? Nein, ich auch nicht. Haben wir beide nichts zu sagen. Nee, niemand hat was gesagt. Halt die Klappe. Halt du doch die Klappe. Keine Ahnung, was hier los ist, aber ich bin nicht schizophren. Und ich auch nicht. Keiner von uns hier ist schizophren. Verrückt sind nur die anderen. Ja, 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 ja. Boah, ist das heiß. Genau, wo ist ein Kron? ?